Ja, im Winter ist der Plan gereift. Danach habe ich dann die Saison ausgesteckt, dass wir halt spät anfangen mit ihm, dass er als frisches Pferd in den Aag reingeht und hat alles geklappt. Und dann haben Sie aufgehört, Ihre Teller leer zu erinnern? Das frage ich mich auch. So ein Pferd trainiert man, glaube ich, nicht oft im Leben als Trainer. Nicht so ein Pferd. Gruppe 1 Pferde hat man vielleicht im Stall, aber der sich wirklich von Saison zu Saison so steigert und so ein Kämpferwillen hat, habe ich selten in meinem Leben erlebt. Was soll ich sagen? Danke an die gesamte deutsche Bevölkerung, die mich jetzt unterstützt hat, die mich hier unterstützt hat. Danke für alles, danke für den Ritt. Und ja.